Der Pinguin Fabian verdient doch schon von zu Hause sein Geld und das als passives Einkommen, wenn auch du finanziell unabhängig sein willst. Dann melde dich jetzt bei uns in der WhatsApp-Gruppe an. Denny, was darf passieren? Ich zweit war da. Denny, was passiert? Denny, Gold Clip, ohne Scheiß. Er saugt die Halbe, dass du ein. Hau rein. Geht Feuerzeug, Benzin und... Hast du einen Nintendo Switch? Fassi, verrat mich nicht. Hast du einen Nintendo Switch? Ja. Dann hast du doch noch einen Switch. Das ist echt, also wirklich, ernsthaft. Du bist so geistkranklos, du hast glaube ich einen Clown heute durch die Ferne sein. Das ist so... Demokratie und dann straight up, hier so. Demokratie... Amerika. Sau dumm halt. Wenn du mal kackne... Ich lach doch. Oh fuck... Warte... Sie sollen schlafen! Jürgen, was? Ich steh wieder auf, kein Bockscheiß drauf. Ey! Ich lach doch. Ich lach doch! Ich lach doch! Ich lach doch! Der Server ist normal. Ich muss den Joke einfach nochmal bringen, weil ich so... Ich fände meinen Joke so lustig. Ähm, ja, kann selber schon, wenn man zu viel Monster trinkt, ne? Aber wirklich? Warum geht denn die Alt-Taste nicht mehr? Nehm einfach die Alt-GR-Taste und steck sich da dran, wo die Alt-Taste war. Ja, ey! Der Switch geht nicht, du absoluter Vollidiot! Ähm, der Charimix ist ein Unzerstörer. Das sind Unzerstörer anscheinend, hab ich meine zerstört. Nebelnice. Jo, wir haben einen neuen Member im Dab-Squad. Er zieht einfach AFK-Karte. Okay, vote Nebelnik. Bin ich dabei. Jetzt ist zu spät. Ich hab Stofftier geholt. Wie bist du die erste Runde gelaufen? Weil du bist am Anfang auch nach unten gelaufen. Hä, Junge, was geht bei Veto ab? Unter Veto seiner Plattform im Meer kämpft ein Full-Enchanted-Chain-Zombie gegen zwei Skelette, eines Full-Gold, eines Full-Leder. WTF? Ich weiß es nicht. Schönen Stream noch Grüße aus der Schweiz. Also die sterben wegen Minecrafts. Also, wo ist denn diese Bären dann da? Falls einer von denen durchslippt oder was? Ja doch, die Sapphire war doch bei den letzten auch so, dass die... Oh, ich hätte den nicht tot... War das mein... Habe ich echt? Als ganzes Troll? Oh Gott. Habe ich echt? Was denn? Habe ich gerade die Fahnen von Swag kaputt gemacht? Oh shit, habe ich wirklich? Ja. Einfach erstmal Monster drüber kippen, ne? Oh, NCXT, neuer 4000 Euro PC. Da habe ich Monster in die Kühlung reingeleert. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo irgendwas drüber gekippt. Das ist das erste Mal. Halt, no joke. Das erste Mal direkt bei meiner neuen Tastatur. Ich bin AG sad, deswegen. Ja, AG sad aussitzt. Halt, no joke. Alexa, play Juice WRLD. I see you shadow in my room. Ja, ich habe erstmal Juice WRLD angemacht und dann... Oh fuck. Juni, Daniel. Jetzt aber. There we go boys. Oh Gott. Ich habe Bambus. Ich habe das Dorf gefunden. Ich habe das Dorf gefunden. Ihr habt das Dorf gefunden. Wenn er wirklich noch da liegt, dann... Der liegt auf gar kein Fall mehr da. Digga, was soll denn da noch liegen? Meine Existenz? Digga, da liegt noch ein Stück. Hey, sie rote Wasserhöhlenfische. Die seltenen Urschwertwale. Ich weiß gar nicht, was ist gerade eigentlich los? Ich hole mir jetzt ein Cookie. Jogi, wer sind die denn? Das ist ein Cookie. Nix, was mich so aufregt. Ich sag's euch, wie es ist. Infinity! Ich hab das 5. Du kannst kein Soul Speed bei Villager bekommen. Das traden nur Piglins. Danny, wenn du irgendwie bei meiner Farm später... irgendwas nimmst, musst du Steuern zahlen. What the fuck? Ja. 50 Prozent. Was heißt das? Also die Hälfte, die du sammelst an der Farm... Was heißt 50 Prozent? Legit Amerika-Konversation gerade. Karl ist der Präsident und Danny das Volk. Ja, wirklich. Was heißt das? Ja, was heißt das? Broke, du hast das Gefängnis! Doch nicht, lebt noch. Danny, Danny hast du kein Schild? Hä, als ob du das nicht wus... Hä? Nee, aber ich hab... Hä? Nein, ich wusste es eigentlich nicht. Sorry. Ist der andere auch... Gibt's den anderen auch noch? Basti... Ja, das glaub ich auch gedrückt. Basti... Nein! Falsche Kraft gedrückt. Ähm, Basti, weißt du vielleicht... Ähm... Geht's um den League ungefähr? Ähm... Um das Team, was länger mit seinen Idioten aushält. Das Team gewinnt. Bauen zu Basti. Karl, ich bau dir sicherlich nix. Ich hol mir wenn dann wieder alles neu. Eigentlich müsste die Wand aus komplett Eisenblöcken sein, oder? Oh Gott, bin ich tot? Holy shit! Holy shit! Es lag, ich hänge in der Wand. Uff! Uff! Bro, what the fuck! Alter! Gehst du in die Höhle, denkst du nix böses? Sieben Zigarette mit verzauberten Bogen. Wait, ich find kurz dir ist, Chat, okay? Wie jetzt nur einer? Ah! Oh mein Gott! Dude, what the hell! Die Kraft auf die Zeiger. Aber da sind ja noch mehr Anzeigen, die kann ich gar nicht lesen, so richtig so klein sind die schon wieder. Brauchst du auch nicht. Macht keiner. Ich persönlich stelle auch nie meine Uhr. Du stellst die nicht? Nein, ich stelle nie meine Uhr. Aber jetzt ernsthaft, du stellst deine Uhr nicht, oder was? Niemals, niemals, niemals. Ist egal, aber du trägst die Uhr, aber es ist wirklich nur wie ein Schmuck praktisch. Ja, das ist meine persönliche Note, ne. Hä? Was zur Hölle? Ich hab die Uhrzeit noch nie eingestellt, also. Also wenn du auf die Uhr guckst, holst du dein Handy raus. Ja, klar. Ja, ist ja auch logisch, welcher Mensch schaut denn auf seine scheiß Uhr? Niemand schaut seine Uhrzeit auf der Uhr an, das stimmt eh. Das denke ich mir halt auch. Wer in Gottes Namen trägt heutzutage eine Uhr, um auf die Uhrzeit zu schauen? Ist das nicht komisch, trägst du so eine teure Uhr und guckst dann aufs Handy für die Uhrzeit? Ja, generell, ich guck nicht so oft auf die Uhr. Boah, weiß nicht mehr. Chill, 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 chill. Bin nicht mehr zurück. Ey, ich werd so, ey, ich hab so mein, mein Mind verloren. Ach komm, ich muss hochgehen, ich hab kein Dings mehr. Ich hab kein Essen mehr. Junge, ich hab so viel Weed, das ist insane. Ist doch so klar wie ihn, dass du so denkst. Ich hab bitte nen Stack schon. 64 G. Junge, ich bin so reich am Brot, das ist insane. Uuuuh, wasch dis good? Bist am Arsch. Mann, es tut weh, mein Herz ist Schmerz, mein Herz ist Schmerz, mein Herz ist Schmerz. Meine ganzen Items, Junge, ich war soo stacked, ich hatte nen fucking Trott 4 Buch. Oh meine Rags, kannst du sehen? Den großen Big Build. Scheiße. Big Build, nen freaking McDonalds Bro und nen fetten Danny Burger auf dem Tablett. Ich hab gesehen, wie du zwei geholt hast, du hast ja schon hier. Fünf und nen Klein. Not bad, Basti. Rechts leg mal auf ein Bett, dass du dich schlafen legst. Jungs, wir genehmig dich jetzt schlafen. Okay. Hast du Karl gerade erklärt, wie man in Minecraft schlafen geht? Ja, ich bin zu blöd weh, ich weiß nicht. Ich hab mir ein wenigst Dummheit verschluckt. Oh, ihr müsst schreiben Liege Wie. Ich wünsch, das wär wieder 2015, das kann doch lustig sein. Karl, ihr müsst Liege Wie schreiben. Ihr müsst Liege Wie schreiben. Schreibt doch mal Liege Wie, Jungs. Wir sind eine Einheit. Basti, du nervst dich, lock mich aus.